Hallo, ich bin eine hochmoderne Puppe, konstruiert aus erneuerbaren organischen Stoffen, ökologisch perfekt. Meine Haut ist ihrer Zusammensetzung nach der menschlichen Haut äquivalent. Ich rieche wie eine junge, 30-jährige Frau, die vor etwa 15 Minuten aus der Dusche gestiegen ist, sich abgetrocknet und ein Deo benutzt hat. Ich habe einen Körper, der jeden Tag so sein wird, als sei er 14 Tage von seiner Menstruation entfernt. Das heißt, ich bin auf leidenschaftlichen Sex mit einem Mann eingestellt. Das heißt, ich bin auf leidenschaft, der jeden Tag so sein wird, als sei er 14 Tage von seiner Menstruation entfernt.